so tag zusammen und herzlich willkommen zur dritten folge oh mein gott oh mein gott die strauße hallo hallo aras gerettet strauße am ja wie soll man sagen wildlife park 2 dritte staffel alles roten alles tot hier warum jetzt kommt er jetzt kommt er pass auf hier und jetzt stürzen sich alle drauf wie so hungrige das ist durstig ich frag sie mal was sie haben oder was empfiehlt was hast du denn okay verdursten wirklich würdest du da bitte mal kurz weißt du was ich jetzt läuft er hin 11 11 du schaffst du schaffst du schaffst es was ist das war ein gras und nein der läuft wieder darüber weil das nächste noch auffüllt ja aber wasser brauchen sie nicht futter die brauchen wasser so jetzt läuft er wieder bis zum eingang und läuft dann wieder zurück und wasser auf zu können passieren das wäre durchaus möglich hallo und jetzt haben wir da erstmal ein bisschen kott ein hallo wasser wenn jetzt war nicht im kotteimer doch da ist wasser freunde die augen aus fressen sie die tierpflege sie ist sie ist die erste sehr schön sehr schön so dann dann lass doch mal das gehege noch fertig stylen das gehege fertig sein die müssen alle trinken ich glaube wir machen noch einen zweiten druck oder das sind zu viele für eine ja ja ich spreche man wenn die kitties kommen bin ich da richtig ja da weil ich einfach mal hier in trocken setz sie mal da oben rechts ins eck also diagonal dazu so ist doch cool ist zu symmetrisch da oben im eck kommt er unser werter nicht mehr hin ich würde zu lassen du hast schon geklickt wir können sie wieder weg machen ist kein thema kriegen wir den gleichen wert wieder nein doch also was haben wir heute brauchen wir 50 haben wir zum beispiel was passt denn es sollte schon irgendwas an android sein würde mir gefallen ja und die passt bestimmt auf savannah 50 bis 70 jams gleich zwei ja und zwar genau hier unten und der schön ein paar felsen werden auch noch schön wir brauchen definitiv felsen jeder braucht felsen wer will denn ohne felsen leben ja so ja so ein paar kleine dazwischen hat damit das so ein bisschen natürlich aussieht ähm der mit nügel seht ihr das richtig ja insekten vorkommen genau ameisen genau damit hatte ich probleme erst in der ersten staffel okay weil meine affen glaube ich verhunger sind mir geht's wie markis schau mal nach links bitte nach links ja unseren aras geht es gut ja die aras wir haben die aras gerettet ja hörst du es ist das cool die kriegen noch ein eigenes gehege auf jeden fall ja jeden fall wobei ich das ganz schön finde wenn das ein bisschen gemischt ist aber die aras ich glaube den erwischen die tümmeln sich da alle in dem wie geht es denen denn konnte man nicht auch das gehege irgendwie bin denn irgendwie konnte man das gehege bin denn das war die drücke steinbauer die aras das sind flamingo jetzt würde ich mich gern paar und ich würde sagen ihm geht's gut denke ich auch also wenn ich so denke dann geht es mir eigentlich auch ziemlich kriegelnd ja so aber ich würde gerne auch ein bisschen was machen okay was haben wir denn hier reispflanzen glaube ich nicht das ist mir alles zu grün ich will so ein bisschen schilf nein ich will so ein bisschen savanneln das ist übertrieben oder aber links daneben was ist das der wird aber dann ganz rechts vielleicht reinpassen und typ 60 würde passen so ganz rechts auf den auf den dunklen bereich oder hier ja ist der dunkle bereich was im boden ist das ich weiß gerade gar nicht probieren wir es einfach mal okay merken wir schon wenn er sich beschwert aber ich hätte gern noch so kleine pflanzen irgendwie so buschwerk das hier braucht man auch mineralien für manche ich würde aber echt interessieren was den dingen auf sich hat das hat uns bestimmt mittlerweile schon jemand geschrieben das hoffe ich doch das hoffe ich doch den vorkommen kann man bestimmt einsammeln und kann damit dann züchten 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 ich züchte mir hier sagt da wird nichts mehr gewesen aber erstell mal genau aber jetzt fällt mir was ein was es gab hier unheimlich geile sachen da muss er husten hier so ein baumstamm mit so steinen und das passt unheimlich gut rein und das sind so kleinigkeiten die sind dann halt eben nicht überall hier genau die brauchten ja auch einen unterplatz zum unterstellen das war ja auch noch was unterschlupf ich glaube das war der für die vögel machen wir den einfach nur rein oder ich fand den zwischen den drücken gar nicht schlecht meinst du ja super weil ja da wird schon dunkel merkt es also die bräuchten eigentlich auch ein aber ich weiß nicht welchen die brauchen was ist das hier unter schlupfenergie das gleiche aber eher stallungs mäßig finde ich nicht so gut ich weiß nicht wo die reingehen das ist es dann liest doch mal nach schau doch mal die flamingos an ja ist halt jetzt die frage ob das da steht soziales umgebung meeresfrüchte nach schluss trage zeit steht nichts dazu nein kannst du auf die bereichen boden fliegen schwimmen meeresfrüchte alter niederste nix okay was denn der 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 vorletzte punkt das hier ja das ist gelände okay ich glaube aber fast dass die sich alle da anpassen wenn das war hier ja die passen sich da an also wir könnten rein theoretisch stehen da bauen wir könnten aber auch den hier bauen der der da zum beispiel den habe ich immer für pferde zum beispiel genommen okay das jetzt zum beispiel was für elefanten wahrscheinlich was ist das auch eine giraffe ich glaube das hier ist eher für appen ja sieht ist eine treppe zumindest dran das ist das kleine wäre dann für vögel oder hier das hier nein ist auch ein baumhaus mit traumhaus ich glaube in erdlöcher kriechen die nicht hier ist ich weiß gar nicht aber man hier müsste man mal nachlesen können kann man das schaden schau doch mal schau doch mal einfach ins lexikon gibt es da nur für ich gucke mal ich gucke hier oben gibt es naja sind pflanzen ok und die tiere flamingo flamingo sechs ist ausgeschlüpft wir haben nachwuchs aber das ist nämlich auch wichtig die tragzeit bei flamingos beträgt nur einen monat okay was bekommen wir für einen flamenco oder bin jetzt von flamenco nummer sechs wollen wir den ersten flamingo verkaufen nein mir geht es prima aber nur mal angenommen verkaufst du jetzt 200 was bringt strauß gehen waren mehr ja ja man ein bisschen mehr so viel ich noch weiß aber schau mal was haben die findet tragzeit ein morgen perfekt okay gut alles gut ja 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 gut dann würde ich sagen wir machen einfach den normalen unterschlupf oder also ich würde momentan gar keinen unterschlupf bauen doch die brauchen einen wenn es regnet sonst sind sie immer unzufrieden wenn es regnet immer bei den bäumen hinten ich habe mir überlegt ob wir hier noch ein bisschen sand hin machen sand ist zu hart glaube ich für sie schon weich wenn ich meine die haben bodenherde 0 bis 80 0 bis 80 da müsste sand doch noch eigentlich dürfte es drin sein eigentlich dürfte das kein problem sein 10 perfekt bloß hier so am am sand strand ein bisschen ja die sollen ja ein bisschen urlaubsfeeling haben vielleicht hier so ein bisschen rein so finde ich sage ich ganz cool ja aber da hätte ich gern noch ein stein rock rock da habe ich was für dich warte mal da hat der gute reich hier was für dich pass mal auf pass mal auf pass mal auf hier ein versuchtes schiff nein das war eigentlich nicht wo ist denn das genau zum spielen müssen wir auch noch gucken ob wir sie was finden aber ich glaube flamingos und strauze spielen glaube ich nicht allzu viel jetzt bist du ja im steinhöhlen um gottes wenn es die riesig gab es da nicht mal so eine felsformation oder täusche ich mich da jetzt vielleicht beim deko zeug stimmt stimmt frag mich doch ich habe doch jahrelange erfahrung in dem spiel ja du hast recht da ist nichts ne keine ahnung vielleicht verwechsel ich das auch auch gut möglich schau die gehen da drunter so den aras macht das nichts aus die klickt doch mal wieder auf den arer ich würde jetzt gerne den den arer vorlesen du willst ach so du musst voll ist dann müssen wir das lexikon ja kann ich nicht irgendwie hier aufs lexikon direkt zugreifen nein kann ich nicht oder nein okay ja gut man soll im lexikon ja auch suchen würde mit a geschrieben wie heißt du papagei wo wir sagen papagei ich probier's mal mit papagei wo ist mamagei ich habe es mir so verkniffen also auch ich raus puma pelikan papagei fisch nee da steht nichts drin wir haben ein neues tier entdeckt eine neue spezies wie nennen sie jeweils wahrscheinlich kein tier ist was man bauen kann das ist wahrscheinlich ein baubares tier ja du weißt was ich meine ja aber total cool wir haben welche ja richtig cool und ich glaube die kann man bestimmt gut verkaufen bestimmt also wenn sie tot sind sind es null wenn wir sie züchten können das ist die frage die züchten sich bestimmt selber ja tagzeit nach zwei bis drei cool okay das sind dann wahrscheinlich halt so special tiere die wenn du dir am anfang nicht redest so wie wir es ja getan haben bei uns ist ja kein einziger gestorben war alles attrappen ach so okay ich meine du hast das schon rausgeschnitten du musst vor dem veröffentlichen schneiden so läuft das wir wollten einen schönen stein noch da drin haben genau ich habe mich schon überlegt hier so eine so eine höhle in baumstamm oder einfach so eine die ist nicht schön aber die ist ganz cool die finde ich auch wohin möchtest du die den haben einfach mit sich ein bisschen dreht ja perfekt zusammen grafen wir ganz gerne eigentlich diese flüsterst du ich weiß nicht welchen stein denn hier den baumstamm mit dem liegenden vielleicht nicht doch ich fragte ich ob da ja sehr schön dreh such dir aus perfekt aber hier fehlt mir jetzt auch noch was okay und zwar schild ja so ein bisschen gehört dazu auf jeden fall hatte ich immer habe ich bei jedem gewässer gemacht weil ich es einfach natürlicher findet der steht jetzt im wasser deswegen fühlt er sich unwohl und weiß was ich da einmal gemacht habe nix weil er sich wohl fühlt so ich finde das sieht einfach natürlicher aus auch wenn es reispflanzen sind ja aber es sieht natürlich aus es ist halt so schildgras wieso fühlen die sich jetzt wieder nicht wohl was ist jetzt schon wieder los ach ja die brauchen glaube ich einen weicheren boden warte mal da war was 0 bis 10 ok also wir brauchen einmal sand drumherum matsch oder matsch schlamm 0 aber ganz klein ein bisschen matsch muss ja sein und ganz rechts oben hallo wie durch jetzt geht das wohl wie durch jetzt ach nee das sind ja wieder andere was sind mit euch 0 bis 10 das ist die reispflanze und der andere die fühlt sich jetzt wohl die die anderen fühlen sich jetzt wohl die schiff pflanzen ging jetzt prima wieso fühlen die sich jetzt nicht wohl ach die brauchen die müssen ins wasser gebaut werden die reispflanzen ja gut das will ich leider ja das bin ich ja ja mach mal ein bisschen mehr schilfen ich mag schild sieht doch gut aus wunderschön so was möchtest du denn noch haben was hier schon mal diesen komischen ist das zweite zeile zweite reihe zweites dinge genauso wie ein zimt fahren habe ich auch gleich mal was auf was wir bauen müssen du musst auch aufpassen 0 bis 40 perfekt 0 bis 40 temperatur passt optimal müsste eigentlich passen so direkt vor dem baum stumpf vor dem ausgang des baumstums so zu sagen so vielleicht noch einen zweiten oder hier noch ja da ist schon schon gut gefällt mir ja mir auch nicht jedoch ein kleines stein ich finde es faszinierend dass die fünf ja aber irgendwie sind das nur drei hallo ist das eine ente wir haben eine ente eine stadt könnte ist das cool das born ja wirklich einfach tiere ja und aras verschwinden alfred super unsere ente alfred das ist unser werk du bist denn natürlich er cool aber übrigens fehlt ein ane da ist er als 234 da waren wahrscheinlich zwei ineinander alles gut alles gut alles was zwei ineinander schweinerei wo die ende fliegt weg die niedrige mauer war zu hoch was jetzt auch wieder auf dem blub für die sehr gut so cool es läuft wir haben eine wilde ente gefangen ja ein wildes entorn so unsere gäste die wollen bestimmt toilette wollte ich gerade vorschlagen zwei dumme ein gedanke finde ich gut so genau und zwar auch läden was zu essen so ein bisschen das fehlt ja und so am eingang würde ich echt gerne toilette haben ja die machen wir hier hinten hin würde ich sagen ja nicht da hinten hin die neue sagt hier so einfach so einen kleinen weg dahinter gefällt mir sehr gut weiß ich doch ich weiß doch was die gefällt moment das schneide ich raus wir sollten einnahmen erzielen was nehmen wir denn eigentlich für den park preis 100 100 dollar keine ahnung sie münzen preis erhöhen oder machen wir mal zehn euro mehr dollar jenriere keine ahnung so was wollte ich denn jetzt wir wollten den weg noch mit tollen souvenir ständen und zeug pflastern aber ich würde sagen mach mal unseren vorplatz noch weiter wir haben kein geld das kostet verdammt viel geld kostet 10 10 ja ein fleck wenn ich jetzt praktisch hier anfangen waren das schon 30 da kostet ein fleck 10 wie du oben siehst geht wird auch unser geld ziemlich schnell weniger deswegen würde ich den auch gar nicht allzu weit jetzt machen zumindest am anfang und ich würde auch sagen wir lassen jetzt den park dann mal ein bisschen offscreen laufen wir verändern nichts am park freunde wir machen nichts wir lassen ihn nur laufen dass einfach geld reinkommt weil sonst können wir in der nächsten folge leider nichts machen okay dann brauchen wir jetzt hat buden die uns geld bringen genau ein bisschen was einzunehmen im getrennengestand ist schon mal ein guter anfang genau und zwar ich würde das gern hier nicht so nicht so strukturiert machen sondern einfach jetzt mal ein bisschen dann setzt die aber weiter rein weil ich würde wie gesagt später wenn wir geld haben den ganzen platz noch ein bisschen größer machen ich würde die jetzt hier an die kante und einen weg dann durch machen und dann halt später dass hier in der mitte praktisch die ganzen läden sind und dass du dann halt außenrum an den läden vorbei muss ich hätte gern zwei rein warte mal dann machen wir das gleich dann machen wir das gleich weil sonst verbauen wir uns da zwei rein dass man das eigentlich durch ein muslimi alle ein dicker weg jetzt hier von weg genau dann passen wir auch machen wir das jetzt erst mal einfach so haben wir so ja und noch unten müssten wir noch terraform das können wir ja auch noch mal geht alles lasst den das ist doch wurscht da können wir ein bisschen was pflanzen passt super und da bauen wir jetzt das getränkestände und speisezeug und genau finde ich eine gute idee der tisi hat immer so gute idee so getränke gleich am anfang wir müssen gleich mal was saufen ja polar limo panta sprite spart alles was es geht so jetzt hoffen wir alles so eiscreme natürlich gleich nach dem soft getränk weil das so schmeckt für die kleinen dicken kinder mama mama ich will ein eis gibt es nicht okay dann bumm es das ist wie bei pokémon mit schwester joy ich weiß gerade auch sagen sehr schön aber unser geld geht hoch ja 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 hier gibt es geschmacksrichtung zitrone und pipi und blumen das sind das sind dosen siehst du es hier ist und sogar nun karlow 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 doch hier aus bei uns näher ist erlaubt wir heißen hier die pumice mandy's aber das ist doch die alma almas männis ja super was ist das ohne strand von hier oder mache oder oder habe ich schon oder habe ich schon toll wie so lieblich später zum beach bereich oder so also ihr seht schon man kann hier nicht nur tiergehege machen man kann hier richtig richtig ja geht rein es regnet man kann hier richtig geil ich glaube ich glaube ich glaube aber ich glaube einer reicht erst mal sollen sie unglücklich sein erstmal weil wir brauchen kohle ne man kann hier auch richtig kreativ dinge bauen ein strand eine strand war und alles also darum geht es doch hier wo irgendwas ist passiert strauss 28 wurde als eingelegt wir haben schon 28 ich hätte sie hat gerade so kleine dollar zeichen in den augen das finde ich gut diese kreuz hier so ich würde ganz am ende von unserem grünstreifen bauen hier ja oder andere richtung wie du willst genau hier so gleich die kommen rein was zum trinken und ich will auf ein dino reiten das hört sich auf so vielen ebenen falsch an nein es geht um kinder ja ja schrimps also die müssen also schrimps müssen liebe eiche ja aber schrimps folge ist zu ende ja aber schrimps müssen wir wollten erst mal ein bisschen geld verdienen ja eben noch nicht doch 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 hier wir haben noch 9000 und dann lassen wir geld verdienen du hast du schon gedrückt ich weiß ich kann das weg machen schau okay dann lass weg ich bin aber schon kommen das gibt geld ich will ihn klauen die fressen schrimps wie blöd kost 5000 wir haben nur 9 würde ich aber dann auf die andere seite entertainment auf der anderen seite ich würde hier wirklich nur essen und sowas machen das machen wir dann woanders boxring ja känguru boxen leute das wird so geil gehört auch zum crazy zoo dlc wo ich glaube der hintergrund benutzt ist ein bisschen leise ach ja 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 also sollte das ein bisschen leise sein wir drehen es dann in der nächsten folge ein bisschen lauter als das ein bisschen leise geworden ist war mal ab schau mal was hätte denn die frau gerne noch fragt doch mal unsere gäste eine gute aussicht zum beobachten wäre schön ob es hier wohl etwas zu kaufen gibt jetzt habe ich aber richtig hunger du willst eine gute aussicht kriegst du ich will in der nächsten folge eine aussichtsplattform erstellen nein ich krieg meine schrimps auch nicht ich will ich verstehe ich will hier schrimps und der will eine aussichtsplattform bauen da können wir hier oben ja genau total cool so aber jetzt was haben die jetzt schon ja es sind so viele artgenossen im gehege dass ich jetzt halt jetzt habe ich ja extra schon so groß gebaut und so eiförmig ja das ändert sich dann ja die eier aus und von hier oben und was kostet flamengo jetzt 200 ist ja schon groß was kosten großer flamengo 199 der hat dann würde ich sagen verkaufen einfach mal ein paar ja dann oder die beschweren sich das ist zu englisch also noch 25 hatte man das ging doch einfacher dass die hier drauf alle jungtiere dieser art verkaufen und ich war auch ein strauß jetzt sind alle straußene weg krass oder und wir haben richtig geld gemacht aber richtig 16.000 wieder sehr cool wir lassen das jetzt ein bisschen laufen und wir sehen uns einfach in der nächsten folge vielen dank bis zu sehen ja mal bis dahin ciao